Hallo und herzlich willkommen zurück. Am Ende der letzten Folge haben wir über das Thema Docker gesprochen und heute wollen wir ein bisschen genauer darauf eingehen, wie uns Docker dabei helfen kann, unsere PFCs zu erhärten. Aber da ist Jens unser Experte. Hallo Jens. Danke Christopher und danke für die Lorbeeren. Genau, Docker und Docker auf unseren Geräten. Wir können seit der Firmware 20 Docker auf den Geräten ausführen, Docker Container um genau zu sein. Docker ist eine Art Virtualisierung, um Applikationen auf den Geräten zu deployen. Wenn Sie darüber mehr Informationen brauchen, dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass die Härtungsmaßnahmen des PFCs sehr komplex sein können und sehr umfangreich. Gerade wenn ich mehrere Geräte securen möchte, dann ist das ein sehr aufwendiger und zeitintensiver Prozess. Das möchte ich irgendwie kurz machen. Da können uns Docker Container helfen. Mein Kollege Helmut Sahle und ich, wir haben eine Docker Applikation geschrieben, mit der wir das Gerät securen können. Wir können also mit der Docker Technologie diesen Secure Applikation auf das Gerät deployen und dann securiert diese Applikation unseren Container. Wir können Passwörter tauschen und diverse Einstellungen ändern. All das, was wir normalerweise über das WBM beispielsweise machen würden. Genau, genau. Jetzt gibt es noch eine weitere schicke Feinheit, Docker Swarm Technologie. Wir können mit Swarm mehrere PFCs, mehrere Geräte in einen Verbund zusammenschalten, in den Swarm Verbund und von zentraler Stelle administrieren und von zentraler Stelle Applikationen deployen. Das haben wir hier vorbereitet. Wir haben unsere gleiche Musteranlage, nur mit dem Unterschied, dass jetzt der Docker Swarm Manager auf dem Edge Computer läuft und die PFCs sind Docker Swarm Teilnehmer. Wir können den Docker Swarm Manager mit einem grafischen Tool, Portainer nennt sich das, dessen bedienen wir uns, können wir das grafisch verwalten und grafisch administrieren. Dazu können wir an unsere geführte GLT gehen. Wir müssen uns hier anmelden an dem Portainer Tool mit dem super geheimen Passwort. Das ist wieder mein Einsatz. Ich hoffe, das ist ein sicheres Passwort. Das sollte es ja sein. Ja genau. Diesmal ist es wirklich sicher, weil Portainer bietet mir bei der Einrichtung des Tools keine andere Möglichkeit als ein sicheres Passwort einzugeben. Das klingt doch gut. Das haben wir gemacht. Wir können hier auf den lokalen Docker-Demon gehen, in die Swarm Einstellung und wir sehen hier schon, dass wir zwei Geräte in unserem Swarm Verbund haben und wir in Aufgaben deployen können. Noch eine kleine Feinheit, auf die ich kurz eingehen möchte. Wir haben hier solche Tags, mit denen ich das Deployen noch ein bisschen beeinflussen kann. Ich kann auf die Tags sozusagen suchen und greppen und der Swarm Manager rollt dann bloß die passende Applikation aus, wozu die Tags passen. Das heißt also, ich nehme im Prinzip meine Post-its, wenn ich das mal etwas visualisieren möchte und klebe an jede PFC, was auch immer ich dann da gerne erledigt haben wollte, von Docker Swarm. Genau, so kann man das sehen, so kann das funktionieren. Genau. Ich gebe jetzt zum Beispiel den Tag Secure und damit kann ich das securen. Der Docker Swarm Manager guckt jetzt, welche Aufgabe er hat, also welchen Container, den Secure Container und den würde jetzt auf dieses Gerät ausrollen. Das ist ganz interessant, weil ich kann damit auch Device Management abbilden. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel den PFC wieder aus meinem Unternehmen raushaben möchte? Ich brauche die Anwendung nicht mehr, ich brauche die Anlage nicht mehr, ich habe einen Offboarding-Prozess, das Lifecycle ist erfüllt, sind ja immer noch meine Standard-Passwörter oder meine Unternehmens-Passwörter auf den Geräten. Mit dem Secure Tag No, rollt der Container wieder die Standard-Wago-Passwörter auf das Gerät, also ich habe einen richtigen Offboarding-Prozess. Wir müssen den Stack noch erstarten, so nennen sich Aufgaben, die ich den Swarm-Verbund gebe und wenn ich den Secure Stack starte, dann sehe ich sofort, dass der Swarm Manager ein Gerät findet, nämlich den einen PFC mit dem Tag Secure Yes und rollt diese Applikation darauf aus. Ich kann mir die Log-Dateien angucken und ich sehe, dass der Container anfängt, etwas träge heute, genau, dass der Container anfängt, den PFC zu securen. Er ändert die Standard-Passwörter nach meinen Unternehmensrichtlinien, er ändert die FTP-Einstellungen, also deaktiviert Dienste und Ports, wie ich das möchte und das alles dokumentiert er auch für die spätere Auswertung. Da freut sich doch der Auditor. Genau, auf alle Fälle. Wenn das Gerät fertig ist, kriege ich die Meldung Operation finished und wenn alles geklappt hat, dann habe ich jetzt das Web-Based Management deaktiviert und ich kann nicht mehr darauf zugreifen, das Gerät ist damit secured. Perfekt, also haben wir uns schon mal das Ganze hin und her klicken für die Härte gespart und wenn ich auf mehrere PFCs schaue, kann ich die auch alle gleichzeitig dann absichern. Genau, die Zeitersparnis ist enorm, weil ich alles mit einem Mausklick, kann ich das ausrollen. Gut, jetzt haben wir eine sichere Kommunikation durch unseren Max-Security-Switcher. Wir haben die PFCs gehärtet, aber was ist denn, wenn wir dennoch von einer Schwachstelle betroffen sind, lieber Christopher? Das ist natürlich kein Problem. Vago kümmert sich auch um dieses Problem. Das heißt, ich habe eine PFC zum Beispiel bei mir stehen und irgendwann wird eine Schwachstelle bekannt, wie man das auch von Windows kennt. Dafür haben wir bei uns ein sogenanntes Produkt-Security-Incidence-Response-Team gegründet, das sich genau um diese Themen kümmert. Und wie es das macht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir sehen uns zum nächsten Mal bei uns.